Guten Morgen! Auch schon wach! Bei mir ist gerade eben spontan eine Stunde Personal Training ausgefallen, dann schiebe ich mir spontan eine Stunde Gymnastik ein. Erstmal 5 Uhr und Ausgang! Was geht bei euch heute? Sport angesagt oder Sofa? Wenn es euch gefallen hat, ganz einfach abonnieren! Und regelmäßig habt ihr Mr. T im Haus!